Moin, eine neue Runde Two Point Hospital Das letzte Mal, als wir dann hier weiterkommen zur Universität Da tun wir jetzt hoch Das ist die Universität, genau Müssen wir jetzt auch fortfahren, denn das ist dann wohl die erste Stelle, an der wir Heizungen bauen müssen Zu dir in Alperbereich Bankenhausstufe 3 Hier gibt es aber auf jeden Fall Abheizungen Das haben die ja eben gesagt Vielleicht nicht auch ein Hubschrauberlandeplatz Okay Als erstes Aufnahme Wieso ist das jetzt eigentlich Warte mal Machen wir mal was anderes, wir testen jetzt mal was anderes Ach gucke Machen wir mal Was ist das? Ach das ist ein Tresen Warte mal Hä? Drehen kann ich es aber interessanterweise nicht Was ist denn das? Wir testen es mal Wir brauchen Aufnahme mit Patienten Was ist denn das? Was ist das? Das ist eine Tür oder was? Achso Warte mal bitte Immer weg Wichtige Durchsage Bitte senken Sie Ihre Erwartungen Genau Eins Zwei Zwei Drei Wie er mal nicht in der Mitte ist Ähm Wie wir mal hier Assistenten brauchen Schmipp Schuppliwupp Was ist das? Was ist das? Ne Ich nehme gleich nochmal einen Hubschrauber-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land-Land Drei Pflanze Pflanze erstmal so Ähm Kopieren das Ding Nebendran Nebendran Einstellungen Wieso kommen eigentlich dann Ui Ein Arzt in die Arztpraxis bitte Da bitte Was ist denn das hier? Temperatur Ähm genau Sorge dafür, dass überall im Krankenhaus Wohlfühltemperatur ist Wie mache ich das? Ähm was braucht der? Diagnose Nein nein du wartest Wir machen mal da eine Diagnose hin Gleich nebendran Allgemeine Diagnose Sitzen wir hier hin Tür rein Zack 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 Da sind die Heizkörper Mal gucken Ein Kratenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt Ja kommt Okay Okay Ich habe ein neues Hobby Bienenzucht Bisher habe ich nur drei Hier zeigt der jetzt aber an Achso Weil da keiner wartet Wahrscheinlich deshalb Ähm Objekte Stink Stink normalen Hausmeister erstmal Stink normalen Hausmeister erstmal Ähm Wie ist denn das jetzt mit der Heizung? Habe ich die sofort? Tatsache ich habe die sofort Woher sehe ich das? Alles klar Ja okay Das ist natürlich alles andere als toll hier Heizkörper 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 So lassen wir das jetzt mal Akotheke Die machen wir mal hier gegenüber hin Erstmal nur eine Hier hin Nee warte mal Die machen wir größer So Tür An den Besitzer des bläulichen Autos Ihr Auto wird jetzt zur Schrottpresse gebracht Wiederholung Ein bläuliches Auto wird zur Schrottpresse gebracht Vielen Dank Minus 1300 Das hört man jetzt auch noch nicht so oft Wer arbeitet denn? In der Apotheke In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt Ein Krankenpfleger Den ist kalt Wieso ist denn da hinten kalt? Schau mal her Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr Wir müssen weitere Diagnosezimmer bauen Da oben Eigentlich nicht Darf ich jetzt mal Wer wartet auf was? Moment, 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 Moment Kein Termin Weitere Diagnose benedikt Ja, aber Warte mal Kann ich da noch Die Bank hinsetzen? Nee, geht natürlich nicht Schade Ja, ich guck gleich da unten So Aktuelle Beförderung Nicht jetzt Die Weiterbildung wird benötigt Mitarbeit aber im Weiterbildungszimmer Nicht jetzt Diagnosebeschluss Warte halt mal Warten Warte mal Warte mal Objekt Das ist Was für ein Stand Oh Was 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 braucht das Ding? Okay, da kriegst du halt Kopieren Was Was Ben's da? Was braucht das Ding? Diagnose Diagnose Ja, ist ja gut Nein, jetzt nicht Ähm Einstellung Wer macht denn die Diagnose? Nochmal Krankenpfleger Krankenpfleger Vergesst das immer wieder Krankenpfleger Ist mit dem Zimmer irgendwas nicht in Ordnung? Wieso wird da nicht gezeigt Arzt? Machen wir das halt mal so Ähm Ist hier irgendwas nicht Stimmt hier was nicht? Keine Termine Warte mal Warte mal Diagnosebeschluss Risiko Behandlung Verstehe ich jetzt nicht warum ist dann Warte mal Ich mach mal hier noch Banker hin Banke ja Nein Da mach ich sie nicht hin Was ist denn da hin? Ich mache das ja nicht oft Aber hier ist der Wetterbericht Ein violetter Nebel des Wohlbehagens dringt durch die Poren von Krockenbusch Dunkle Wolken unerfahrene Krähen Versammeln sich für jährliches Mal Über Fluttering Und zu guter Letzt Fluten die Tränen eines einsamen Clowns Die Straßen von Grockle Bay Der nächste Wetterbericht Folgt den 17 Jahren Ach jetzt weiß ich was das Problem ist hier Äh Assistent Die haben auch da gewartet Auf dieses Ding Ach Gott Verstehe Glaube ich zumindest Instandhaltungsdurchsage Instandhaltungsdurchsage Pflanzen benötigen Wasser Das kann das Problem gewesen sein Hilfe Was hast du denn für ein Problem hier alter So Objekte So Objekte Ne Hilfe unwirklich So 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 War ich jetzt eben Über das Patient neue Diagnosezimmer Wieso denn Ähm Patient nach Hause schicken Patient warten Was wird er her? Ja eine Station Herausforderung habe ich zu nehmen Trockenrotter Bauch in Psychiatrie Warum nicht Hau mal ab Wir können dich jetzt nicht gebrauchen Geh weg Verstehe ich nicht warum werden die nicht diagnostiziert Da Von den Wir machen jetzt hier mal eine Station hin Patient in die Behandlung bitte Ich wiederhole Patient in die Behandlung Ja Patient Geh mal in die Behandlung Ja Patient Geh mal in die Behandlung Ja Ja Setz das Ding mal dahin und dann brauchen wir noch eine Heizung Ja 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 Kann man jetzt hier eigentlich machen? Kann man nicht? Warum nicht? Ah der hat kein Mechaniker Ja Okay das kann man hier nicht ähm Grundstück alles klar Dann machen wir hier 30.000 Ähm Was brauchen wir? Das lass ich da mal frei, dann machen wir hier Psychiatrie hin Kann ich nicht schräg machen? So Guck Können wir zugucken Wenn da alles drin behandelt wird Wenn da alles drin behandelt wird Jetzt neu bei Bungle Ähm Wollen wir hier den Aufenthaltsraum hin machen? Weil Wir sind hier vielleicht nicht so weit laufen Wir bitten Sie bei verdächtigen Gerüchen das Formular 37b auszufüllen Ja Machen wir Ein Arzt in die Psychiatrie bitte? Ja Haben wir nicht Den haben wir nicht Ich brauche noch eine Heizung so der wird behandelt was ist hier überhaupt los nee wir können jetzt nicht ausbilden nicht jetzt die nerven nein ja das können wir tun das ist ja nicht mehr angezeigt wenn die fehlen handpfleger benötigt jetzt okay wo sind eigentlich meine beiden anderen krankenpfleger haben mich drei von den kerlen ja krabbel doch mal herruf ok sollte funktionieren ja das upgrade können wir uns nicht leisten wegen der apotheke lassen wir noch eine apotheke bauen können wir immer mal gebrauchen allgemeine diagnose die haben wir die kardiologie haben wir nicht schon gab es schon toten ja danke das gespräch was hast du da diagnostiziert so machen wir das nämlich hier und nach nehmen wir haben ja keine mescheiniger das macht jetzt nichts was haben wir noch über die hausung anatomie clown brauchen wir nicht natürlich auch kein hausmeister für vermisst habe als ich hier nach zu geistert doch damals ist gut sie kann aber auch die kegel waren in den wenn ihr mich fragt kulturell mindestens so wichtig wie bibliotheken und museen also den geist gleich mal danke was sind das jetzt hier ist die immer schlafen wir machen was anderes kann ich eigentlich da innen drin pflanzen hinstellen so jetzt aber wieder wieso denn der hat doch ich habe doch einen der mechanik hat wir haben aber kein dings hier haben wir jetzt mal wirklich haben wir mal einen psychologen bitte nö haben wir nicht dann lass mal hier eine ausbildung in der psychiatrie wird ein arzt verlangt ja wir haben aber keinen ja ich weiß wir haben keinen in standhaltungsdurchsage pflanzen benötigen wasser ich habe doch aber einen hausmeister hm warte mal hausmeister instandhalter verbessert die reparatur und die der macht die instandhaltung was brauchst du eine leuchtungsklinik geh weg ähm jetzt weiß ich es okay da müssen wir mal was anderes machen das braucht der nämlich und dann schmeißen wir den anderen raus ausmeister den so machen wir das so machen wir das da läuft das doch gleich viel besser alles klar gut bis zum nächsten mal bis dann ciao ciao